Liebes Brautpaar, liebe Gäste, herzlich willkommen zum freien Traum. Ich finde es toll, dass ihr euch habt nie entmutigen lassen und heute ist Ja-Zag zu eurer Liebe, Ja zu eurer gemeinsamen Zukunft und ihr lasst euch von nichts abhalten. Und wenn ich euch beide hier so anschaue, dann muss ich euch erstmal ein riesen Kompliment aussprechen, denn ihr seht wirklich richtig, richtig toll aus. Die Liebe ist wie eine Flamme auf einer Kerze. Das Feuer entfacht sehr schnell. Wir erfreuen uns an ihrer Wärme. Aber genauso schnell, wie die Flamme entfacht ist, kann sie auch wieder erlischen. Daher müssen wir darauf achten, dass die Flamme der Liebe nie ausgeht. Wir müssen sie schützen und ihre Hände gemeinsam als Schutz um sie aufbauen. Es ist also nicht die Kunst, das Feuer zu entfachen, sondern alles Erdenkliche zu tun, dass diese Flamme der Liebe ein Leben lang hält. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.